Man sollte vielleicht auf einer geraden Fläche lieber bumsen, aber ansonsten einfach nur machen. Ich bin hier auf dem Sputnik Spring Break Festival und natürlich dreht es sich auch hier um das Thema Sex, denn ich suche jetzt ein paar Tipps zum Thema Festivalsex. Sex auf dem Festival, worauf muss man achten? Ja, dass es außenrum laut ist, sonst wird man ja gehört, ne? Die Nudeln müssen immer gewaschen sein. Duschen gehen und Kondome. Vergesst die Kondome nicht mehr zu nehmen. Kondome. Am besten im eigenen Zelt. Und du sollst halt nicht unbedingt auf den Boden machen, um Dreck im Boden, das ist natürlich Kacke. Ich hatte noch mehr, aber die fallen mir gerade nicht ein. Bereut nicht den Partner, den ihr ausgesucht habt. Gucken, dass laute Musik drumherum an ist. Was muss man beachten, wenn man Sex auf dem Festival hat? Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es so wie immer. Wir hatten anders gedacht, aber geht eigentlich klar. Vielleicht auf einer geraden Fläche lieber bumsen, ne? Aber ansonsten einfach nur machen. Ansonsten Spaß haben. Viel Spaß. Vielen Dank. Was ich cool finde, ist aufs Vorspiel zu verzichten, wenn man sich nicht gerade die Hände gewaschen hat. Ja, wenn ihr es macht, dann habt auf jeden Fall Spaß, weil ey, das wird auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Aber erwartet hinterher nicht zwingend die große Liebe. Wir haben noch ein paar mehr Videos hier auf dem Festival gedreht. Wenn euch die interessieren, dann schaut mal auf dem Sputnik Festival Channel vorbei. Den verlinke ich euch. Ansonsten verlinke ich euch auch noch mein letztes Video. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wer weiß, wo wir dann Sex haben werden.